Aber wir werden sehen, wie oft ich den Angriff versehentlich mache. Den Konter. Ich muss sagen, ich muss da auch ein bisschen reinkommen. Ja, ich muss sagen, der Weikspielerangriff ist irgendwie super komisch im Vergleich zu sonst. Ja, nicht heilen. Wie wollen wir mal nach... Achso, ist ein Adrenalin, zählt schon, okay. Dann muss ich sagen, ich hätte mir der Beide doppelt hin durch die S oder der Angriff. Aber man kann nicht alles haben. Ich will das ein bisschen schneller. Ich will das nicht mehr. Ähm, was nehmen wir denn? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich glaube, vielleicht sollte ich PS-Armode nehmen. Das geht. Okay. Ich muss jetzt mal gucken, wo man nochmal nachlädt und alles. Ich glaube, Donner war schon am besten. Das hat immer 10 Schaden gemacht. Und am Kopf sogar 12. Und Kurama, aber es geht. Schön, dass du da bist. Hallo Kurama. Ich glaube, dir geht es gut. Ja! muss sagen leider kenne ich mich mit Ambos nicht so gut aus in diesem Teil das bedeutet ich weiß jetzt nicht wie man ob das jetzt ist das jetzt alles oder ist meine Möglichkeit um richtig Schaden rein zu floppen da reichen leider meine Kenntnisse nicht mehr aus aber ansonsten nur eine Demo gespielt da ist nicht meine Fresse wie weit kann der denn springen ist aber auch gnadenlos der Lümmel bei dir ist alles gut nice freu mich ich glaube bei uns soweit auch wir probieren uns gerade an der Arena und ich muss sagen die Tatsache dass wir nicht auf S-Bang machen müssen ist schon mal beruhigend ja ein bisschen ja ich muss sagen in dem Teil ist wieder schon wieder ganz anders als in den Ultimates spielt sich ganz anders kommt zu dir ja das hat was glaube ich mit Kombos und so zu tun ich glaube Piari wo schrieb erstmal mit X und A dann langen wird und dann mit mit jemals ok dann habe ich das weil damit haut man die diese Aufladung quasi wieder raus ja dann haben wir drauf ganz anderes als der Mediode aber vielleicht ist es echt eine gute Möglichkeit mal langen Schwert auch zu nehmen anscheinend dass die Mav auch gar nicht so schlägt ok jetzt wieder der Chef muss ich sehen beim Seilangriffe so bin ich nicht so ganz ok ich glaube Seilangriffe machst du auch eher gar nicht Haribo auf was passiert versehenlich ich kann nur sagen mit der Doppelklinge macht das halt super oft weil sie halt so viel Schaden sind da oben rein Ich verstehe die Minen nicht, ach shit ey. Die Minen sind aber nicht weg, ich mache mich ein bisschen schade, es ist schon mal fangbar, das ist nicht gut. Oh, ich habe gar keine Munition. Aha, okay, Elementar Zeugs. Hätte ich das gewusst, hätte ich normale Amo eher genommen. Da wird man eigentlich schon ganz gut schaden ey. Und ist auch viel schneller. Wo bist du? Oh, nice. Ah, sehr schön, tot. Sehr gut. Hm, bin ich mal neugierig, was war denn hier? Ach so, nur mal, nur die Farce. Ach so, ich glaube der Spieler kann gut. Ach so. Tatsache, ich bin der erste Hilfe los. Ja, jetzt nichts. Leitbockern spielt sie gerne, ey? Oh, das ist nice, praktisch. You do know. Einen mache ich, damit komme ich in meine Stufe höher. Ist das der mit...